Ich glaube den Bezug zu dem, was alles selbstverständlich für mich damals war, als ich hier gewohnt habe, hier aufgewachsen, lerne ich neu für mich kennen. Also ich lerne andere Dinge schätzen, dass ich einfach da bin. Was mir immer aufgefallen ist, wenn ich außerhalb gelebt habe oder studiert habe, dass man bestimmte Ereignisse, die vielleicht persönlich für einen großen Bedeutung haben, ob sie familiär, freundschaftlich oder gewisse Begegnungen stattgefunden haben könnten, aber man konnte nicht Teil davon sein, weil man einfach auswärts war und natürlich der Luxus, dass ich einfach mich hier wohlfühle und bequem überall hin kann und einfach wieder Neues oder beziehungsweise Altes wieder neu für mich entdecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.